Hallo Leute und willkommen zur NoArmourChallenge 2.0 Und zwar Leute mache ich im Video wieder eine NoArmourChallenge und das kann dann so schnell aussehen wie jetzt. So jedenfalls also da habe ich halt nur Schwert, Angel und Bogen benutzen. Okay da habe ich schon mal ein Schwert, das ist schon mal gut. Eine Rot bräuchte ich halt auch weil ohne Rot hast du halt keine Chance. Okay nice. Sorry dass das letzte Video so scheiße war kann ich sagen. Muss ich ein bisschen dreihadern und es leckt bei mir. So da sind wir in der zweiten Runde der NoArmourChallenge und ich hoffe jetzt geht es ein bisschen besser weil die letzte Runde war ein bisschen komisch. Da ist ein Bogen, brauche ich natürlich, der ist sehr wichtig. Den habe ich. Ich darf natürlich jetzt wieder keine Russen benutzen, ist natürlich klar. Eine Rot wäre halt echt nicht schlecht. Alles klar. Ich glaube die Runde wird jetzt was. Ach ja. Die gehen halt direkt auf Bogen. Da haben wir halt, wenn eine Boss hinunter hat, da hat man keine Chance. Wenn man keine Armour hat dann an hat. Ich probiere jetzt abzustauben wenn möglich. So Leute, so macht man eine NoArmourChallenge und clean dann noch am Ende so richtig ab. Leute ich würde einfach sagen, Leute das war mein fünfter Aufnahmversuch oder so. Lass eine positive Erdung da für die NoArmourChallenge und dann würde ich sagen, ciao bis zum nächsten Mal. Da war es da drbecend. Starts den Library an. Vielen Dank.